Ja, moin moin. Willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction. Und wir gucken uns heute ein bisschen verspätet den Trailer von Das Dschungelbuche an. Eine neue Verfilmung. Ich bin ja noch mit der alten Verfilmung aufgewachsen, also mit der Disney-Verfilmung. Sehr, sehr cool. Einer der ersten Filme, die ich als Kind gesehen habe. Und ja, sowas prägt natürlich. Aber wir gucken uns heute den neuen Trailer an und ich bin gespannt, was er so zu bieten hat. Also, los geht's. Are you alone out here? What are you doing so deep in your trouble? Don't you know what you are? I know where you are. I know where you came from. Of course we don't go. I'll keep you close. Let go of your fear now. Trust in me. Trust in me. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, zur Geschichte muss man nicht mehr viel sagen. Der Trailer sah sehr, sehr gut aus. Sehr gutes CGI, was natürlich noch ein bisschen verbessert wird, aber sehr realistisch. Ja, der Kinostart ist am 14. April nächstes Jahr und ich bin gespannt, ob ich ein Kino sehen werde. Mal sehen, vielleicht, ja. Sieht ganz gut aus. Ja, das soll es bei mir gewesen sein für heute mit dem Jailer vom Dschungelbuch. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.